Joe Biden hält die Rede zur Lage der Nation. Ja, diese Nachricht werden viele von euch heute mitbekommen haben. Und viele Leute in Europa fragen sich, was machen die Amerikaner da eigentlich jedes Jahr? Was gibt es denn da groß zu besprechen? Denn wer sich aus Kenntowell recherchiert, so wie wir es tun als Postulier, als großes Medienhaus, der weiß, die Lage der USA ist stabil seit Jahrzehnten, nein, seit Jahrhunderten. Zwischen Kanada im Norden, Mexiko im Süden, dem Pazifischen Ozean im Westen und dem Atlantischen Ozean im Osten. Angesichts dessen ist es natürlich schon ein bisschen skurril, dass dort jedes Jahr eine Rede gehalten wird, in der das nochmal verdeutlicht wird. Aber so sind sie nun mal die amerikanischen Sitten, die uns als Europäer vielleicht befremdlich vorkommen. Wenn ihr mehr interessante Fakten wollt, dann macht das bloß weg und folgt dem Postulier. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020